hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal heute wieder bauen wir wieder unsere villa zu ende und wie ihr recht schon seht habe ich mir erstens ein auto gekauft weil ich einfach mal austesten wollte wie man das so macht und so die steuerung ist ziemlich beschissen deswegen werden wir das auch nicht fahren aber die sammlung hat schon mal angefangen und wie ihr unten links seht haben wir ganze zehn millionen euro angespart das heißt ich denke und hoffe nicht dass wir jetzt ein auto kaufen sondern immer noch nicht sondern dass wir die villa zu ende bauen deswegen fangen wir erstmal direkt bei dem parkplatz an okay gleiches prinzip ein paar platz und ich will immer noch kein auto kaufen aber danke 900 pro sekunde jetzt schon und ich glaube mit zehn millionen werden wir wirklich das ganze ding fertig machen also ist zumindest meine hoffnung das hängt gerade extrem aber egal toilette kabinett ja sieht schön aus türen natürlich wieder ist wichtig wo jetzt als nächstes hin jetzt will es dass ich nach unten gehe aber wir holen wir machen jetzt erst mal die obere etage fertig hier vorne erst mal tisch fernseher okay sehr schön fenster und Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Was kommt hier jetzt hin? Ja, entspannt. Ich muss sagen, es ist schon eigentlich zu viel, aber fände ich auch geil, hätte ich das, muss ich sagen. Weil ich meine, dann musst du gar nicht mehr so raus und Geld für sowas bezahlen, weil du es einfach hast. Klar, dafür bezahlst du dann auch mal. Wie viel am Bier hat dafür ausgegeben? Wahrscheinlich 100.000. Aber ist bestimmt gut. Wir machen gleich auch schon 3.000 pro Sekunde. So, Bücherregale. Was hier noch? Bücher, Kunst. Ja. Eine schöne Sitzecke. Abzeichen. 100. Wir haben die Villa schon fertig. Okay. Aber wisst ihr was? Weil, wenn wir die jetzt fertig haben, wir behalten noch eine Million, aber wir kaufen uns jetzt noch ein schönes Auto, glaube ich. 1, 2 Autos kaufen wir uns jetzt noch. Den stellen wir erstmal. Na, wo ist er denn? Bin ich schon drüber. Ich bin schon drüber. Wo ist er denn? Der muss irgendwo hier rechts sein. Zu teuer. Dann. Oh, ein McLaren, glaube ich. Ich glaube, der ist es. Ja, ist der McLaren. 4,1. Oh, natürlich in der Originalfarbe auch ganz schön. Meine Vermutung ist aber auch, glaube ich, dass wir das Geld gar nicht behalten dürfen. Deswegen gehen wir jetzt erstmal direkt in die nächste Villa. Ging jetzt auch schneller, als ich dachte. Eine Million. Switch. Wird die jetzt abgebaut wahrscheinlich, ne? Ja. Switch 30 Sekunden. Ich glaube, danach können wir nicht mehr zurück. Wir haben noch die 1,9 Millionen. Das ist wichtig. Das finde ich sehr, sehr schön. Okay. Ja, dann können wir jetzt hier nochmal einmal richtig, 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 richtig anfangen. Also, Floor 1. Entspannt. Das ist schon wieder so ein großes Gelände. Es sieht schon aber schon wieder jetzt vielversprechend aus. Lichter. Das heißt, oh, er ist schon sehr schön jetzt. Und jetzt am Anfang können wir noch richtig viel einkaufen. Mal schauen, wie viel Prozent wir am Ende übrig haben. Äh, wo geht's hin? Hier. Tür. Licht. Aber Geld angeht damit auch, wenn wir es nicht brauchen. 113 pro Sekunde machen wir schon. Ähm, Baum. 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 Aber ich werde mal einmal ganz kurz, damit ich das ein bisschen geteilt habe, die Aufnahme beenden und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir auch schon wieder. Äh, da. Auch schon wieder, genau. Ähm, ja, Tisch. Zack, zack, zack. Und Tür. Fenster. Okay, also wir müssen uns gleich erstmal von draußen angucken. Pflanze. Ja, okay. Aber bis jetzt ist auch noch relativ günstig, ne? Also da können wir noch gut was kaufen. Da habe ich mit den 10 Millionen sehr schön nach vorne geplant. Nach vorne geplant? Ich glaube, das sagt man nicht so. Aber ist auch geil. Couch. Pflanze. Und was jetzt? Ähm, Kamin. Ballerei. Schiebetür. So, boah, der Kamin sieht aber sehr... Oh, okay, geht hoch. Was ist das für eine Markierung? Da oben. Egal. Ähm, Fenster. Aber ich hätte jetzt gerne gleich hier vorne schon mal die Parkplätze. Hier vorne wahrscheinlich, ne? Fenster. Fenster. Wo kann ich die Parkplätze machen? Ich muss irgendwie herausfinden, wie ich so schnell wie es geht zu den Parkplätzen komme, aber sonst kann ich meine Autos hier nicht mehr hinstellen. Und das finde ich... Nicht so schön. Teppich, ja. Esstisch, ja. Kabinett, ja. Ballerei, ja. Lass mich doch... Oh, okay. Schon wieder... Oh, es sieht aber auch schön aus dir schon. Oh, es sieht aber auch schön aus dir schon 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 aus ja jetzt jetzt gerade ich sehe es vor mir lichter komm schon eine küche ja sehr schön ja ja das sieht irgendwie komisch aus ja obwohl sieht eigentlich ganz schön aus jetzt aber draußen warum denn hier jetzt schon wieder was ich will verdammt noch mal eine garage jetzt aber hier vorne lichter das ist ein zeichen ja ja treppe komm gib mir die garage dass das spiel will mir keine garage geben foundations aber geht schon wieder runter na klar das sieht mir jetzt schon nach sehr viel ist die garage unten jetzt ja das wäre geil elevator okay ich habe nicht wie viel hat das gerade gekostet da unten sehe ich schon wieder so ein gaming ding aber wie wie also 138 also so schnell habe ich gerade damit habe ich nicht gerechnet aber wir haben 988 das ist schon mal mir vorne was ist das hier eigentlich das sieht nicht gerade schön aus weg weg um 20.000 okay ist aber auf Dauer auch sehr teuer da fehlt noch eine Wand würde ich jetzt mal so schätzen lichter ja und ich bin pleite gehen wir da mal rein und schauen mal was das jetzt hier vorne und so zu bieten hat eine treppe das ist nicht gerade das womit ich gerechnet habe wände hier was kommt hier hin was kann ich mir für 46.000 noch leisten lichter 19.000 und toolbox 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 heißt hier kommt irgendwas mit der garage hin das spüre ich schon ich habe mir gefällt mir gefällt wo das hingeht ja ja reifen lichter und wo sind die wände wenn ich fragen darf schauen wir mal bei dem bei jemand anderem vorbei leider nicht ein ferrari eine g klasse und nennt bändler das ist ja anne war mal wir entspannt mercedes ferrari ferrari noch mal mercedes und nennen lamborghini urus glaube ich ja sehr entspannt hier schön fuhr mehr gucken wir uns nicht an aber der hat auf jeden fall eine ganz schöne garage ich kann wie komme ich denn jetzt wieder hier raus da vielleicht das ist doch eine gute idee kann ich hier raus ich bin ich bin gefangen 6 hr ich kann mir immer noch was kaufen dann hole ich mir das mal habe ich vorhin gar nicht mitbekommen irgendwie elevator ja was kann ich mir holen ne küche direkt neben der garage ok wir wollen natürlich auch bände was ist hier vorne lichter jedes einzelne auto sammeln das ist auch noch eins unserer ziele parkplatz da guck mal an noch ein parkplatz 55.000 gar nicht teuer da können wir unsere beiden autos hinstellen einmal den opera b1 und den schönen von mir auch schon übrigens schon angefertigten der sah nicht so aus der weinsamen auch gelb glaube ich ähm der porsche ich weiß aber gerade nicht genau was es für ein porsche ist muss ich ehrlich gesagt sagen da könnte ein porsche gt3 sein oder gt2 aber ich bin mir nicht sicher muss ich ehrlich sagen naja wir haben unsere parkplätze da bin ich jetzt zufrieden und damit kann auch gleich das video enden wir sind jetzt glaube ich danach ungefähr klar wir verdienen schon mehr aber wir sind ungefähr so weit wie bei der letzten villa so vom vom stand her glaube ich ähm ich kaufe jetzt einmal noch für 200.000 ein und dann äh ja parkplatz 55.000 und noch ein paar oh wie viele parkplätze 100.000 hier kommt nicht mehr rein vielleicht wenn ich jetzt hier wände kaufe ja ok sieht schon mal besser aus und dann kommt ups was kommt da vorne auch nochmal wände ne tisch was für ein tisch ein schöner tisch ohne abkürzung das wollte ich nicht was ich mich gerade frage können wir jetzt wenn ich mich jetzt hier in den das testen wir eben noch wenn ich mich jetzt hier in den oh ja wir können den hier tun ok dann machen wir das mal ist ein bisschen laut jetzt deswegen gehört mich nicht aber ich mach den mal eben schön fertig ja finde ich schön den style das werden nicht alle autos so aussehen aber finde ich jetzt eigentlich ganz schön ist auch komplett aus carbon dieses mal weiß ich nicht keine ahnung ich glaube nicht nur akzente naja finde ich sehr schön und ja damit würde ich sagen das war es mit dem video lasst ein abo da aktiviert die glück um keine videos mehr zu verpassen shop auf meinem instagram vorbei auf einem tik tok auf meinem freds tretet ich weiß nicht ob man das so sagt gerade ich bin ich kann heute irgendwie nicht sprechen meinem whatsapp channel bei und ja bis zum nächsten mal da da und da 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 da